hallo diese adapter die dass sie auch haben sie auch bestehen haben und diese hat dm bm am i kabel und samsung und jetzt da ist einfach verbinden mit handy warte mal einfach so geiles unbesondert dinge und es ist ganz einfach Autoverkauf innerhalb von ein paar Stunden verkauft man sein Auto.